Ja, ich bin Jörg Mitschelle von der Firma Klartext AV. Wir verwenden seit vielen Jahren schon Tannoy-Lautsprecher. Was ich ganz besonders an Tannoy mag, ist, dass wenn ich über ein Mikrofon spreche und Tannoy-Lautsprecher im Raum hängen, das bin dann ich im Lautsprecher. Ich bin als Laienprediger in Gemeinden auch tätig und rede deshalb sehr oft am Mikrofon, höre mir unterschiedliche Räume an und man hört sofort, wenn im Raum Tannoy-Lautsprecher hängen, weil es sehr natürlich klingt, weil es sehr angenehm klingt. Ich höre meine Stimme, das bin ich. Und wenn ich nach dem Gottesdienst dann mit Leuten rede, dann hören die mich so, wie sie mich vorher über Tannoy-Lautsprecher gehört haben. Das ist das Angenehme. Es klingt natürlich, es klingt klar, man kann gut zuhören. Es ist einfach sehr angenehm, die Atmosphäre, die ein Tannoy-Lautsprecher im Raum macht. Das ist das Schöne, deshalb verwenden wir seit vielen Jahren schon sehr gerne Tannoy. Vielen Dank!